Die SPD Baden-Württemberg ist mit etwa 37.600 Mitgliedern der zweitgrößte Landesverband einer Partei in Baden-Württemberg. Vorsitzender ist Nils Schmidt. Geschichte Die SPD hat in Baden-Württemberg eine lange Tradition, die im 19. Jahrhundert in den ehemaligen Ländern Württemberg und Baden begann. Von 1878 bis 1890 während der Dauer der Sozialistengesetze war die SPD wie überall in Deutschland verboten. Danach setzte eine Gründungswelle sozialdemokratischer Vereine ein. Eine badische Hochburg der SPD bildete sich in Mannheim heraus. Die Wirtschafts- und Sozialstruktur in Württemberg war von mittelständischer Industrie geprägt. Außerdem war die Verstädterung und die damit verbundene Verelendung der Arbeiter dort geringer als in anderen Teilen des Deutschen Reichs. In Stuttgart gab es jedoch Wohnungsland. Die zunehmend eigenständige kulturelle Identität der Arbeiterbewegung wurde mit der Gründung der Stuttgarter Waldheime sichtbar. Auf der kommunalen Ebene wirkten Sozialdemokraten früh an der Politik mit und fanden häufig politischen Konsens mit bürgerlichen Parteien. Im Württembergischen Landtag hingegen stimmte die Sozialdemokratische Fraktion nur ein einziges Mal im Jahre 1907 dem Württembergischen Staatshaushalt zu. Dies war die Gegenleistung für den im August 1907 stattfindenden Internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart. Der erste seiner Art auf deutschem Boden. Im Badischen Landtag kam es nach der Wahl 1905 zu einer bis 1918 einmaligen Zusammenarbeit der Nationalliberalen und der SPD im sogenannten Großblock, um den Einfluss des erstärkten badischen Zentrums zurückzudrängen. Bis zur November-Revolution konnte trotzdem kein SPD-Mitglied Beamter werden. Im Ersten Weltkrieg mussten auch viele Sozialdemokraten für Kaiser und Reich ihr Leben lassen. Freiwillig zu den Waffen meldete sich der prominente badische Sozialdemokrat Ludwig Frank und fiel bereits in den ersten Kriegswochen. In der Weimarer Republik spielte die SPD zunächst eine führende Rolle. Sowohl in Württemberg als auch in Baden wurde die SPD Regierungspartei und stellte mit Wilhelm Bloss in Stuttgart und mit Anton Geis in Karlsruhe. Auch jeweils den Ministerpräsidenten. In Württemberg endete die Regierungsbeteiligung der SPD mit dem Austritt von Wilhelm Keil aus dem Kabinett Hieber bereits im Juni 1923 und sie blieb. Trotz des großen Wahlerfolgs im Jahre 1928 in der Opposition. Seit 1924 war Kurt Schumacher als streikbarer Oppositionsredner für die SPD im Württembergischen Landtag vertreten. In Baden konnte sich die SPD von 1918 bis Ende 1932 ununterbrochen an der Regierung beteiligen und stellte mit Adam Rimmel mehrmals den Turnus mäßig wechselnden Ministerpräsidenten. Weitere führende badische Sozialdemokraten der Weimarer Republik waren der Reichskanzler Hermann Müller und der Reichstagsabgeordnete Ludwig Marum. In der NS-Zeit von 1933 bis 1945 wurden die SPD-Mitglieder verfolgt und viele bereits 1933 in Konzentrationslager verschleppt. Punkt, 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 Punkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in den Ländern Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohensollern zunächst drei unabhängige SPD-Parteibezirke. Alle drei Parteibezirke befürworteten vorbehaltlos die Gründung des Landes Baden-Württemberg, obwohl dies gerade die starke Position der SPD im von Industrie geprägten Land Württemberg-Baden schwächen musste, da im wenig industrialisierten und stark katholischen Süden des neuen Landes strukturbedingt weniger SPD-Wähler vorhanden waren. Der Landesverband der SPD wurde auf dem Parteitag vom 7. zum 8. Juni 1952 in Stuttgart gegründet. Zunächst firmierte die SPD Baden-Württemberg unter der Bezeichnung Parteibezirk und erst ab 1962 als Landesverband. Die Partei war von 1952 bis 1960 in einer All-Parteien-Regierung und von 1966 bis 1972 und 1992 bis 1996 in einer großen Koalition an der Regierung. Baden-Württembergs beteiligt, stellte aber niemals den Ministerpräsidenten. Seit 12. Mai 2011 ist die SPD Juniorpartner in einer grün-roten Koalition. Die Schwerpunkte der Regierungspolitik galten der Innen- und Wirtschaftspolitik. Maßgeblichen Anteil hatte die SPD auch an der Verwaltungsreform von 1973. In der Schulpolitik wirkte die SPD bis zum Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts daraufhin, noch bestehende konfessionsgebundene Schulen und Lehrerausbildung besonders in Südwürttemberg abzuschaffen. Aus dem SPD-Landesverband in Baden-Württemberg gingen auch immer wieder wichtige bundespolitische Persönlichkeiten hervor, wie etwa Carlo Schmidt, Alex Möller, Horst Temke, Erhard Eppler, Volker Hauf, Rainer Offergeld, Hertha Däubler, Gemälen und Walter Riester. Struktur. Der Landesverband organisiert sich in Ortsvereinen, die zu 42 Kreisverbänden zusammengefasst sind. Die 42 Kreisverbände sind auf vier Regionen verteilt, deren Einzugsgebiet den vier Regierungsbezirke Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen entspricht. Die nachfolgende Tabelle gibt die Entwicklung der Anzahl der Mitglieder seit der Gründung des Landesverbandes im Jahre 1952 an. Die bisher höchste Zahl an Mitgliedern wurde im Jahre 1976 erreicht. Vorsitzende. SPD Württemberg-Baden-SPD-Baden-SPD-Württemberg Hohen soll an SPD-Baden-Württemberg für die Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion siehe. Landtagswahlergebnisse. www.f Buzzs.deein.tv www. Buzzs.deein.tv